ja Leute ich wollte mal ein Terra update Terra update 3 machen ja ich sieht mal einmal Larissa und ja also jetzt ich weiß nicht ob ich das schon erwähnt habe aber es jetzt zum zweiten Mal gehäutet um ja und hier ist der Bier der hat viel Eier gelegt und hier ist mein neue mein neues Tier ähm eine andere Art angeblich aber ich weiß nicht weil viele aus so einer fast Mieten Gruppe haben gesagt es sei nicht die Art wo der mir verkauft hat die denken das ist auch Video Philippinicum aber ich weiß nicht also der wo es weiß ob man also der wo jetzt er ist genau weiß dass es ähm Filium Philippinicum ist das schreit mir bitte in die Kommentare und ja äh ja so Larissa hat sich halt zum zweiten Mal gehäutet die Haut habe ich auch noch Moment mein Baby krabbelt weg aber es rennen wir schon nicht davon ja hier sind die Eier die schnüpfen wir hoffentlich bald hier ist noch ihre Haut und hier ist die Stabschräge ist jetzt mal wieder gehäutet die Erbotenfuß verloren ähm hier hat man wie sich mit Randa ist immer noch also alles sehr alles sehr schöne Art und ja also das war's das war es halt ein ganz kurzes aber naja egal äh ja dann bis zum nächsten Terra Update Bis zum nächsten Mal.